Hallo zusammen, wenn ich an Cannes denke, denke ich an die Filmfestspiele, Luxushotels, Superjachten und schick essen gehen. All das ist hier recht kostspielig. In diesem Video möchte ich euch beantworten, Cannes kann auch günstig? Und die Antwort ist ja, in Cannes kann man auch günstig Urlaub machen. Wir haben uns über Booking.com ein schönes Apartment gemietet. Booking.com rechnet sich bei mir immer, da ich als Amazon Prime Kunde immer 10% von meinem Reisepreis zurückbekomme. Das Apartment war ein bisschen außerhalb gelegen, hatte aber einen traumhaften Blick vom Balkon. Und zum Strand war es auch nicht weit. Man musste nur ein wenig durch die Anlage laufen, den Berg runter und schon war man an einem öffentlichen, wirklich sehr schönen Strand. Abzüglich den 10% Cashback, den wir von Booking.com bekommen, haben wir für das Apartment 140 Euro die Nacht bezahlt. Und ich würde sagen, das war wirklich ein fairen Preis für das, was man hier geboten bekommt. Es gibt ein schön großes Wohnzimmer mit vielen Sitzmöglichkeiten. Das Apartment hatte zwei Schlafzimmer und zwei Bäder und noch eine separate Toilette. Es gab eine Waschmaschine und auch die Küche, hatte alles, was man sich vorstellen kann. Inklusive einem kleinen Grill, ausreichend Pfannen und Töpfe und genug Geschirr. Das einzige, was wir vermisst haben, waren große Kaffeebecher. Es gab nur kleine Kaffeetassen. Was ich noch anmerken sollte, das Apartment hatte keine Klimaanlage, obwohl Booking es mit Klimaanlage verkauft hat. Nach einer Beschwerde bei Booking, habe ich tatsächlich nochmal 10% von dem Reisepreis zurückbekommen. Das hat die Kosten des Urlaubs nochmal deutlich reduziert. Was auch fantastisch an diesem Apartment war, war der Pool, den ihr jetzt gerade seht. Hier gab es ausreichend Liegemöglichkeiten und ein kleines Sprungbrett. Und selbst an Stoßzeiten war der Pool nie so richtig voll, wie ihr gerade seht. Das war natürlich ein Riesenspaß für meine beiden Jungs. Wie ihr seht, konnte man hier schön planschen und, wenn man wollte, auch ein paar Bahnen schwimmen. Neben dem Pool gab es auch noch einen Tennisplatz und ein paar Tischtennisplatten. Wenn wir keine Lust auf den Pool hatten, sind wir einfach zum Strand gegangen. Der war ja, wie schon erwähnt, auch nicht weit vom Apartment entfernt. Wirklich ein schöner Strand. Wenn man ein bisschen weiter gelaufen ist, hat man auch einen großen, breiten Sandstrand gefunden. Das ist auch das Besondere an Cannes. Cannes hat einen Sandstrand, im Gegensatz zu Nizza, der mit einem Steinschrand aufwartet. Ich würde euch ja jetzt gerne das Meeresrauschen mit einspielen, aber es war so windig, dass ihr nur den Wind in der Aufnahme hört. Was auch schön an dem Strand war, es gab genug Steine, auf denen man seine Sachen ablegen konnte. Falls man doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen will, ein bisschen weiter gibt es Strände mit Liegen und Schirmen. Da werden aber pro Liege 30 Euro fällig. Nach dem vielen Schwimmen im Meer und Pool, kriegt man natürlich Hunger. Man kann ein Sandwich an einem der vielen Sandwichbuden essen oder man kocht sich selber etwas. Und da wir ja günstig Urlaub machen wollen, kann man auch günstig einkaufen. Zum Beispiel beim Aldi. Der Aldi ist in der Nähe von der Innenstadt und hat auch Parkmöglichkeiten. Die Preise sind so wie bei uns in Deutschland. Ich konnte keinen großen Preisunterschied feststellen. Ein bisschen außerhalb der Stadt gibt es einen Lidl. Hier sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden. Beim Aldi war es recht kompliziert, einen Parkplatz zu finden. Und auch die Preise im Lidl wichen jetzt nicht sehr stark von den Preisen hier in Deutschland ab. Aber wie ihr seht, ist er deutlich größer als der Aldi und noch besser sortiert. Neben dem Aldi und Lidl gibt es natürlich auch diese Riesensupermärkte, wie man sie in Frankreich kennt. Mir persönlich waren diese Rieseneinkaufstempel viel zu groß. Wenn ich mal nicht beim Discounter einkaufen wollte, gab es noch einen netten Supermarkt in der Altstadt von Cannes. Hier gab es wirklich alles, was das Herz begehrt. Und falls ihr hier nicht fündig werdet, fahrt ihr halt doch in einen dieser Riesensupermärkte. Also alles da, was man für ein gutes Essen braucht. Und wenn man mal nicht selber kochen will, kann man natürlich essen gehen. Aber in Cannes wird schon für eine Pizza Margarita mindestens 16 Euro fällig. Zur Happy Hour geht es aber auch günstiger. Gerade hier in der Altstadt bieten einige Restaurants vergünstigte Preise an. Wenn euch auch noch die Happy Hour zu teuer ist, bleibt der gute alte Meckes. Er ist mitten im Geschehen und die Preise sind so wie bei uns in Deutschland. Eine Besonderheit gibt es beim französischen McDonalds. Hier kann man sich sogar ein Bierchen zum Menü dazu buchen. Für ein Big Mac mit Pommes und Bier wurden 10,90 Euro fällig. Und alternativ kann man an der Promenade in den vielen kleinen Sandwichbuden ein Sandwich, ein Crêpe, Waffeln, Eis oder ähnliches essen. Für ein Sandwich wurden hier so ungefähr 6 Euro fällig. Für ein Crêpe mit Zucker und Zimt waren es 3,50 Euro. Und ein Slushy, falls ihr mit Kindern unterwegs seid, kostet auch 3,50 Euro. Auch waren die Getränke, zum Beispiel Cola oder Fanta, mit 2,50 Euro auch recht preiswert. Und von den Sandwichbuden hatte man auch einen traumhaften Blick aufs Meer. Also ihr seht, kann, kann auch günstig. Einen Link von dem Apartment, in dem wir gewohnt haben, findet ihr in der Beschreibung. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, welche Kosten ich komplett unterschätzt habe, waren die Autobahngebühren hier in Frankreich. Da wurden gerne mal für 30 Kilometer 5 Euro fällig. Was einen Ausflug ins benachbarte Nizza oder auch nach Monaco recht kostspielig macht. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr schaut bald wieder bei meinem Kanal vorbei. Bis dahin, auroba! 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 Bis dahin, auroba!